Hallo und herzlich willkommen bei Würzburg Radio. Ja, es geht um Unternehmerfrühstück und Unternehmerfrühstück haben wir und da haben wir uns alle immer getroffen. Jetzt ging das eine ganze Zeit lang nicht. Ich glaube, etliche Wochen hat man sich nicht getroffen und stellt euch vor, man darf sich jetzt wieder treffen und guckt und dann sieht man plötzlich den da und aah! Hallo Jürgen, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Ja, grüß dich Michael, Mensch, ich hätte dich kaum wieder erkannt. Ja, mittlerweile war ich beim Friseur. Ja, ja, die Haare hatten wir so schulterlang. Aber wir haben ein bisschen was Besonderes. Und zwar ein Medientreffen, damit wir uns wieder an Zweisamkeit gewöhnen, damit wir uns wieder daran gewöhnen, uns gegenseitig zu treffen. Medientreffen am 3. Juni hier in unserem Studio in Veithöchheim. Das Ganze geht über drei Räume mit genügend Sicherheitsabstand für jeden. Und hier im Studio präsentieren wir den Marktplatz 15. Und ihr seid alle eingeladen zum Marktplatz 15. Jürgen wird das Ganze moderieren, wird dann von einzelnen Leuten, von euch, ein kurzes Interview machen. Und jeder darf dann seine 60 Sekunden im Marktplatz 15 präsentieren. Jürgen, da freut sich sicherlich schon drauf. Ja, absolut. Und ich hoffe, wenn ich da die Einführung machen dürfe, dass die Jungs und Mädels alle fußballfit sind, bevor es dann zum Business geht. Ja, das hoffen wir natürlich auch, weil wir sind hier gerade in der Vorbereitung zum Spiel. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Das haben wir gleich hier, werden wir uns das in einem der anderen Räume angucken. Wie das Ganze funktioniert, wir haben mehrere Räume. Im einen Sitzen vier, im nächsten Sitzen acht. Hier können also bis zu 16 sitzen und jeder hat genügend Abstand vorm anderen. Und es gibt so ein paar Regeln, die wir dann natürlich beachten müssen. Und dann könnt ihr also dabei sein beim Medientreffen. Und Jürgen, eins ist ganz wichtig, du hast dich schon angemeldet. Du weißt, wann der Termin ist. Einige andere wissen auch schon Bescheid. Ganz einfach anmelden, bei uns anrufen, die Telefonnummer teilen wir euch noch mit. Und anmelden, damit wir genau kalkulieren können, wer kommt, wer da ist. Damit wir auch alle Sicherheitsbestimmungen einhalten können. Ja, und ich finde es ganz toll, dass unsere Unternehmerkollegen sich dann auch wieder über so ein Format präsentieren können. Du multiplizierst das auch in viele Kanäle raus. Und ja, das ist für jeden eigentlich eine tolle Geschichte, wenn er das über Würzburg Radio geboten bekommt. Das kriegen wir natürlich und da sind wir dabei. Und jetzt hoffen wir natürlich eins, ein Tipp für gleich, Jürgen. Dortmund-Bayern 1 zu 3. Dortmund-Bayern 1 zu 3. Und am Samstag feiern wir dann schon die Deutsche Meisterschaft. Dann sage ich mal 1 zu 2. Weil mein persönlicher Freund, der Hansi Flick, dem gönne ich das ganz einfach. Seit Hansi da ist, bin ich Bayern-Fan. Einige werden vielleicht demnächst mal verstehen, warum das so ist. Ich danke euch. Seid einfach dabei am 3. hier bei uns im Studio. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020